Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map und zwar 150 Level Easy Deathrun. Es gibt wieder Gratis-XP für den Season Pass, wird gesagt. Die Map soll einfach sein. Farbenfroh soll sie nicht sein, laut dem Vorschaubild. Wenn das stimmt, dann ist, naja. Map Creator ist wie immer Stealth. Von denen haben wir ja jetzt schon so viele Maps gespielt. Also ja, der ist tatsächlich einer meiner Favoriten von den Maps her. Aber wir wissen auch, dass seine Farbenfrohheit von den Maps sehr, sehr eigentülich ist. Ich kenne die Map tatsächlich schon. Und ich würde einfach sagen, erstmal ohne lange zu schnacken, Spiel starten. Und dann erzähle ich ein bisschen was von der Map. Und ja, ich kenne die Map schon. Ich war hier, habe hier halt schon alles freigeschalten in den VIP-Bereich. Hier hinten gibt es Bonus-Level. Die bleiben mir verwehrt. Ich habe die einmal gespielt. Ich komme da nicht mehr rein. Was ich scheiße finde. Weil diese Bonus-Level haben sehr viel XP abgeworfen. Tatsächlich. Und ja, wirklich sehr, sehr viel. Die waren im vierstelligen Bereich. Und ich glaube, hier gab es auch ein Secret-Button. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ja. Also, dass die Bonus-Level mir jetzt mittlerweile verwehrt bleiben, ist ein bisschen scheiße. Aber ihr seht, man kriegt trotzdem XP für jeden Checkpoint. Es gibt 200 Checkpoints. Leider ist keine Anzeige da, wie viele Checkpoints wir schon gemacht haben. Sprinten ist aktiv. Klettern ist aktiv. Yo. Map soll einfach sein. Bis jetzt, ja. Man kann durchlaufen, tatsächlich. Farbenfrohheit bei Stealth, wissen wir, ist nicht wirklich gegeben. Aber das juckt mich nicht. Da seine Maps einfach nur chillig sind. Und ich würde seine Maps immer wieder spielen. So, jetzt hat man die Farbe ein bisschen gewechselt. Hier kann man tatsächlich auch ein bisschen tricksen. Wenn man diesen Sprung nicht, oder diese Falle nicht machen möchte, wie ich. Das ist sehr nice. Dass man da dann einfach mal eine Runde klettern darf. Ist ja auch nicht auf jeder Map gegeben. Ansonsten Map-Code ist für immer der Video beschreiben. Das wisst ihr. Das habe ich jetzt vergessen, zum Anfang zu sagen. Und das war voller Absicht. Ich wollte euch zeigen, wie man es nicht macht. Man macht es nämlich nicht so. Secrets gibt es leider keine auf der Map, soweit ich mich erinnere. Ich habe das schon ganz so weit in der ersten Map gespielt habe. Die war in meiner Bibliothek ganz weit nach unten gerutscht, tatsächlich. Weil ich die mal mit meinen Kindern, ja, gespielt habe. Und da die auch wirklich was für ein blutiger Anfänger ist, die Map. Hier kann man sich wieder so schnell drehen. Nicht so wie bei den anderen. Okay. Da die was für ein blutiger Anfänger ist, ist die halt auch was für meine Kiddies. Was ich sehr chillig finde. Und sowas kennt man ja, wenn so eine Tür ist, ist da meist eine Wand- oder Deckenfalle verarbeitet. So, hier kann man natürlich ein bisschen tricksen, wenn man nicht über Kante springen möchte. So wie ich. Weil das sind wirklich zack Sprünge. Aber tatsächlich mache ich solche Sprünge auch gerne mal. Und ich habe gedacht, da ist eine Stachelfalle. Nein, dann ist da tatsächlich eine Giftfalle. Mensch, Mensch, Mensch. Stealth, was machst du hier? Ich lobe dich in so großen Tönen und du baust da eine Giftfalle hin. Nein, also Stealth tatsächlich unterstütze ich auch, indem ich diesen Unterstützungs-Button immer anklicke. Bei seinen Maps. Weil, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt gerne mal meine ganzen Videos durchgucken. So viele Videos von ihm habe ich gemacht, das ist abnormal. Und ihr habt gesehen, hier gibt es Secrets. Ich habe auch in den ersten Passagen tatsächlich Secrets ausgelassen. Muss ich alles sein, habe ich im ersten Durchlauf und im Durchlauf mit seinen Kindern auch nie gefunden. Das ist da total creepy. Ich weiß nicht, warum wir die nicht gefunden haben. Aber für die Secrets gibt es XP. Ist nicht viel, aber immerhin, das ist jetzt gar nichts. Selbst für denjenigen, der die Secrets schon eingesammelt hat, gibt es immer noch XP. Wie ich. Und dieses da unten hatte ich tatsächlich schon. Aber ich bin hier auf die Secrets auch nicht wirklich aus. Weil ich die Map halt schon kenne. Und ich möchte jetzt einfach nur durchlaufen. Euch die Map zeigen, wie man die auch ein bisschen abkürzen kann. Die Level. Und ich will euch zeigen, wie viel XP es gibt. Ich glaube auch, zum Ende gibt es wieder Bonus XP, wie immer bei Stealth. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann weiß ich auch nicht, warum. Aber normalerweise bei Stealth ist es so, es gibt zum Ende immer einen großen Coin zum Einsammeln. Der richtig gut XP ausgibt. Und die variieren dann immer zwischen 10.000 und 30.000. Und ja, ne. Mehr kann ich aktuell auch nicht sagen. Ich finde es halt nur schade, dass man hier nicht sieht, wie viel... Scheiße. Äh, wie viel Level man schon hinter sich gebracht hat. Also das jetzt hier vielleicht irgendwo bei den Checkpoints eine Anzeige ist. Level... 100 Milliarden 50.0001 oder so. Wäre schon nice. Und hilfreich. Ähm. Oder aber, keine Ahnung, dass man hier so eine Zahl wieder hinstellt. Wie es die meisten gerne mal machen, die stellen dann da eine Zahl hin. Welcher Checkpoint das ist, manchmal stören die sogar bei den Sprüngen. Aber das ist ja das erste Mal nebensächlich, denn normalerweise macht der Stealth das ja auch, dass er das einbaut, dass man sieht, wie viel Level man schon hinter sich gebracht hat. So, hier ist wieder ein Checkpoint, ihr seht, wir haben so viele Checkpoint- äh, äh, die Secrets ausgelassen, das ist eigentlich schon nicht mehr normal für mich. Normalerweise hole ich wirklich jedes Secret, aber weil ich die Map halt schon kenne und weiß, dass ich einige Secrets nicht finden werde, laufe ich hier nur durch. Ihr könnt tatsächlich jedes einzelne Secret suchen, wenn ihr wollt. Map-Code findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Äh, da ist eine Falle, okay. Äh, da könnt ihr die Map gerne selber spielen, dann könnt ihr jedes Secret suchen, wenn ihr das möchtet. Und dann könnt ihr mir auch gerne in die Videokommentare schreiben, wie viel XP zusammengerechnet die, äh, 10 Secrets ergeben. Das würde mich nämlich mal echt brennend interessieren. Und ansonsten, ja, ich würde tatsächlich gerne wissen, bei welchem Level ich schon bin. Sieht man das vielleicht im Tab? Nee, das sieht man nicht, schade. Also das hier, oh Gott, Entschuldigung. Das mit der Übersicht haben sie auch neu drin jetzt mittlerweile. Das ist sehr interessant. Ähm, und das man tatsächlich seit neuestem sogar die ganzen, ähm, scheiße Versionen sieht. Ich weiß nicht, ob es euch tatsächlich schon aufgefallen ist, aber... Äh, wenn ich jetzt mittlerweile Videos aufnehme und den, äh, Map-Code dazu schreibe, steht immer ein V dahinter. Das ist dann halt für die Version, für die Map-Version, äh, ich muss es auch mit dazu schreiben. Und ihr müsstet das am besten auch, ähm, eintragen. Damit ihr auch die genau... Oh, wow. Genau die gleiche Map spielt, wie ich sie hier spiele. Ansonsten kann es sein, dass ihr eine spielt, ähm, die ne niedrigere Version hat. Ja, da kann es passieren, dass es dann entweder weniger XP gibt oder dass sie noch, ähm, verbuggt ist. Weil je mehr Version, umso mehr Bugfixes gibt es tatsächlich. Und, ja, genau, deswegen ab sofort bei den Maps, bei den Map-Codes, wird bei mir immer ein V dahinterstehen mit der Version der Map. Denn wir wissen, Fortnite wird ja stetig weiterentwickelt, was auch geil ist, aber vieles könnten sie sich auch sparen. So, natürlich hier, Trink 0815, wir gucken an die Decke. Kleiner Tipp hier, nicht gerade austrennen. Hier ist eine Alpha-Wand, die bringt euch um. So. Haben wir das auch gemeistert? Das hier noch? Nein, scheiße, nein! Oh, ich hab's geschafft! Yeah! Und ich dachte, ich verreckte, äh, qualvoll. Ähm, jo, wenn ihr Maps für mich habt, die ich spielen soll, sei es PvP, äh, PvE, Maps, Defran Maps, ähm, T-Maps, whatever. Schreibt's mir in die Videokommentare. So, Bonus-XP. 6.000 und nochmal 6.000. Sind 12.000. Reicht vollkommen aus. Die Map kennen wir schon. Yo. Wir gehen mal zurück, wie gesagt, vip, ich würd's euch gern zeigen, ich darf nicht, es wird mir vorenthalten, weil ich die Map schon gespielt habe. So. Wir haben aber schon mal alle Schuhe gefunden, das ist interessant. Ich merke mir das halt einfach gar nicht. Collect VIP Reward. Was ist der VIP Reward? Ach, das hier. Haben wir da auch das Häkchen. Nice, nice. So. Yo, was gibt's zu sagen? Es gab doch mal XP. Lul. Ähm, was gibt's zur Map zu sagen? Sie ist einfach. Sie ist chillig. Sie ist was für blutige Anfänger. Also man kann da rückwärts durchlaufen, auch wenn ich das eine oder andere mal gestorben bin. Aber das ist egal. Ähm, XP sind nicht zu hoch, nicht zu wenig, genau richtig. Also, kann ich noch weiterempfehlen, dass man sie mehrfach spielt. Dann macht man auch schon mal das eine oder andere Level gut am Tag. Ähm, Farbenfroh, ja gut. Ähm, mal Rot, mal Gelb, mal Blau, mal Lila, mal, keine Ahnung, was für Farben. Aber das kennen wir nicht anders von Stealth. Yo, also, ist, ich weiß nicht, was ich noch mal sagen kann. Ähm, was ich noch sagen soll. Äh, die Map ist einfach wieder genial und geil und jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt, äh, gewoutet. Ähm, normalerweise müsste es hier tatsächlich dann einen Secret Button geben, der mir vorteilt wird, weil ich den schon eingelöst habe. Da gibt es auch noch mal Bonus XP. Wie ihr gesehen habt, nur ein einziges Mal. Und die ist immer noch so, schade. Ähm, ja, also, Map-Code gibt es in der, wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.